E-Mail Schau mal, hier geht's noch runter Noch runter? Na, ich geh hier lang Nein! Bist du denn mit einmal rübergekommen, ne? Na klar! Siehst du doch Ah ja, okay Das schaut grad voll weit aus, deswegen war ich mir irritiert Glütenkopf Der geile Quest, was kriegen wir jetzt? Polymerbündel, Nav-Koordinaten, Ferit und Credits Ferit Bang, Junge Ferit Bang So, und sonst nix? Warum mach ich denn die Scheiße? Tenno We have an emergency situation developing Toll, nix, nix, nix So So, jetzt müssen wir mal schauen Jetzt müssten wir irgendwo Irgendwas haben, womit wir weitermachen können Okay Okay Immer weiter Ja Wasserengang gerade, warte mal Also ich hab noch einmal erwacht und das sollen von Ja, 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 ich mein ja auch, jetzt müssten wir aber eigentlich irgendwo auf der Sternkarte Was sehen können Wo wir als nächstes weitermachen Hier, lass einfach die Quest machen Ja, die Quest, wo, wo gibt's die denn weiter jetzt? In der Ahnung Sehen wir dann Weil ich hab das nämlich gar nicht gesehen Illuminiere den Befall Wie, das heulende Erwachen, oder wie heißt das? Ne, das erste war das Ist doch scheißegal, wir drücken da drauf und gehen da hin Der Rest ist doch scheiß uninteressant Ne, was ich einfach meine ist, äh Diese Quest war ja immer zusammenhängend Normalerweise kam dann irgendwie noch ne kurze Sequenz Damit du weißt, wie's weitergeht Boah 67 Gegner Was ist denn mit denen? Was ist denn mit denen? Der Gegner Oh, der hat mich umgeboxt Der Gegner Da ist einer Egal, wie der auf mich zurennt Einfach eingefroren wird Und dann nen Headshot bekommt Manchmal treff ich nicht, ey Ist echt ärgerlich Oh 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 Where? Where? In your face Yes Wir können mal wenigstens mal in Ruhe looten Ab, 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 ab Boah Boah Er dann Ach, er wieder Der dran ziehen kann, ne? Äh Kann sein, dass das seine war, ja Okay, hier geht's Warte mal, geht's hier lang? Na sicher geht's hier lang Na sicher geht's hier lang Ist hier lang? Aufstieg Oh Oh Gibt er noch? Hast du da oben wieder gefunden? Alarm, oder was? Wo? Ja, irgendwas leuchtet von mir wieder hier oben Das ist, glaub ich, wieder so ein Artefakt-Dinge Ja, ich meine, warum? Stefft der mal? Hau ihn jetzt kaputt Jetzt Ah ja, dein Stern Ja, ja, genau Aber ich hab schon wieder irgendwie Cyan Und vorhin war eine andere Farbe, ne? Ich hab keine Ahnung Ja, vorhin war das so, äh Sag mal, orange-rot Und jetzt war das, äh, blau Also Cyan, um genau zu sein Wie auch immer Naja, aber auch hier müssen wir wieder Kommen wir jetzt links oben unter der Karte Ja Ja, okay, geht klar Naja, ich weiß Naja Ja, das hatten wir ja gerade schon mal, deswegen Naja, da hab ich's einfacher jetzt ein bisschen, weil ich eben da so eine Rolle mache Ja Warum? Ne, weil, ne, ich mach nur eine Rolle Und dann geht's ja schneller Wie gesagt, wir haben verschiedene Sachen Dieses, was du mal machst, glaub ich, kann ich gar nicht machen Ja Erst der G und dann Leertaste, wenn du fertig gerollt hast Und dann nochmal springen Äh, du hast mehr Schaden gemacht als ich Ja, richtig so Aber auch mehr Gegner getötet als so Ah ja Ja, aber ich hab mehr Headshots gemacht Und ich hab mehr getroffen, 67% So, untersuche die Biowaffe Warte mal, wo haben wir das denn? Die Biowaffe Du sollst einfach die nächste Quest machen Warte mal, aber die Nachricht wurde von M-Prime ausgesendet Du musst ihm und das und das Heidege die Bombe Kommt bei mir Sind das denn, äh Äh Alles auf dem Merkur, oder was? Ja, keine Ahnung Ich komm gar nicht hinterher, ich kann gar nicht gucken, wo irgendwas ist Weil du sofort über die Mission startest Das ist doch scheißegal, wo das ist Ja, lass mich das doch mal wenigstens trotzdem gucken Ich würde das einfach mitkriegen Und was hast du denn davon? Junge Das Storytelling und diese ganzen Missionen Ist doch alles schon scheiße genug wenig, oder nicht? So, jetzt krieg ich noch weniger mit Weil wir von Mission zu die Mission rushen Und ich krieg nicht mal mit, was ich machen muss Alter, das ist eine zusammenhängende Quest, was wir hier spielen Das ist immer dieselbe Quest Ich glaube, wir müssen verteidigen, oder? Ich glaube, wir müssen verteidigen, oder? Gegen Infizierter, nachherzlichen Oh, wer ist denn das? Alter, bin ich geil Ist hier noch einer? Oh Hallo Ihh Ein kleiner gelber Knubbel Bis der die mal einfriert, ey Okay Kommen sie Greif nicht Alter 4.900 Schaden Ich glaube, das war ein Headshot plus Crit An einem schwachen Gegner Welle besiegt Wellen verbleibend 6 Ach du Scheiße Das dauert ja ewig Warum hast denn du so lila Rüstung? Was ist denn das? Ne Komisch Alter, fetzen die bis zur Wand, ey Oh Oh, da kommen auch noch welche von der Seite Egal, einfach wegkloppen die Penner Oh, den Krüppel auch noch Alter, kloppt er mich einfach um Das raste ich aber mal aus hier Noll Der Gegner weicht meinen Pfeil aus und der Pfeil trifft den seinen Hintermann und den Der stirbt direkt Ja, manchmal weichen die aus die Penner Naja, ist doch gerade gesündig Ja Your Head In Your Head Your Head Zahn 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 Wir sind alle RIP Und extra Oh, ich habe wieder einen Hintermann getroffen. Oh, das ist so geil, dass er die einfriert, ey. Ich liebe das. Oh, wer ist das hier? Hallo. Oh, diese kleinen Gelben, die sind eklig. Die so wild gewordene Popel. Oh, da kommen Lila, ne? Einfach kiten, die Fenner. Oh, da tritt es den voll aus dem Bild. Oh. Haben wir hier, an der Mod? Weiß ich nicht. Drei Leute. Mit einem Schuss. Das sah geil aus. Das ist halt geil, die kommen aus dem Tor alle in einer Reihe, weißt du? Oh, okay. Ah, ich habe keine Munition mehr für den Bogen. Egal, müssen wir in die Niederstände werfen. Jetzt hätte ich gerne Pistole oder so. Oder zwei Pistolen. Dann kann ich auch, hat er noch meinen Stab. Komm, wir aktivieren mal die drei. Wie? Das hat nichts gebracht. Wollen wir in die Sterne werfen. Wow, 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 er wollte mich pullen. Wo ist er, der Hund? Er ist tot. Was ist noch einer? Wo denn? Er ist auch gleich tot, warte. Er liegt noch. So. Der fährt mir einfach nie in der Sterne ins Gesicht. Ja, noch zwei Wellen. Komm schon, Clowny. Erzähl uns eine Witz. Wo lösst du denn hin? Ja, ich muss alles hier einsammeln, was hier so rumliegt, ne? Mann, die boxten mich immer um, die Penner. Ich will wieder meinen Bogen haben, der ist viel cooler. Ich will wieder meinen Bogen haben, der ist viel cooler. Ich muss noch mal baust. Da moralidades sind nicht ausgebildet. Der ist viel cooler. Sie haben die W 沒有, dieастeети. Die Employee kommt nicht beinahe von soll. Schaden. Ein Springer. Jerry Springer. Alter, da haut er mich einfach um. Sobald man die einmal rankommen lässt, kann man nur noch schlagen, weil dann haben wir immer so viele. Oh, oh. Was willst du von mir? Ich hucken. Aua. Hi. Wenn man mich hucken kriegt, dann mit dem Knüppel. An der Bombe sind welche? Schön, Ron. Ah. Nice, ich kiteen. Schneller Tod. Deathcube. Hier ist eine Nachricht. Anhänge. Hitzeschwert, Blaupause. Du bist abgeschlossen. Einmal erwacht. Echt? Ja. Wie kommt bei dir nicht? Nee, ich muss jetzt noch Untersuche die Biowaffe machen. Wir können zusammen nicht die Quest machen. Weil ich habe jetzt hier, warte mal, ich habe jetzt hier, untersuche die Biowaffe bei mir. Warte mal, warte mal, warte mal. Auf Merkur. Achso. Achso, ne, warte. Keine Ahnung, ich habe jetzt Marsbrücke, Erde. Beaktiviere die Solarschiene, in dem du die Aufgaben des Knotenpunktes bestehst. Achso, bist du auf der Erde oder wo? Achso, bist du auf der Erde oder wo? Keine Ahnung. Ich drücke mal rechts oben einfach auf Quest. So, also hier steht bei mir jetzt tatsächlich, ja, einmal erwacht, M-Prime Merkur muss ich machen, als nächstes. Als nächstes ist Marsbrücke und das heulende Kubrov habe ich hier. Ja, ja, genau. Dann haben wir nämlich nicht dieselben Quests oder können die nicht zusammen selber machen. Ja, dann lassen wir das mit den Quests und machen normale Maps weiter. Würde ich sagen. Ähm. Was ist denn das hier? Dann machen wir einfach Boe-Toys. Tenno, the balance of power continues to shift. Navigation is marked with new invasion. Begoss ist der Gruppe beigetreten. Oder Begoss. Und noch einer. Was ist das? Ich würde 20 Gegner mit der Pistole. Oh, nee. Oh. So langweilig. Alter. Dankweilig, sagt der. Ohne voller Gegner. Ich habe erst einen gekillt. Catch me in. Einfach hier raufwerfen. Das sind ganz schön viele von den Alienviechern hier auf dem Schiff. Ja, ja, ja. Ich kann keine Gegner töten, weil ihr die alle schon vor mir killt. Ja, doch. Sechs habe ich jetzt. Warte mal. Ah, guck mal. Hier kommen ein paar. So, zehn. 11. Ich bin in Nintendo. 11. This will take a moment. Heavy infestation ahead. Äh. Hier, komm, ganz wieder. 12. 13. Nur noch ein paar. Jetzt hin. Ein Ball hier. Oh, ich fahre. 16. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn Dana kann zu schnell das Abonnieren. Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig. Damit dir nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch. Damit ich Feinden in den Arsch. Tret dir, schick den Kommentar. Denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in deinem Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobe.